so mein lieben space engine und unser sonnensystem muss ich erstmal hier mein zeug einrichten space engine kennt ihr ja mittlerweile aber normalerweise ist es so dass ich über sehr außergewöhnliche dinge berichte mit space engine aber space engine ist natürlich auch eine hervorragende möglichkeit sich unser sonnensystem ein bisschen näher anzuschauen die besonderheiten unseres sonnensystems und natürlich auch dementsprechend die objekte die in unserem sonnensystem existieren was bei space engine noch nicht integriert ist ein imaginärer neunter planet aber ja solange er nicht genau definiert ist und was es eigentlich sein soll macht es auch keinen sinn den in space engine zu integrieren jetzt warten wir mal ein bisschen dann fangen wir mit unserem wunderschönen merkur an ein auch sehr schöner planet wurde auch schon erforscht mit ein paar sonden und ja und dann wurschteln wir uns mal so durch ich habe jetzt mal den livestream angesetzt auf ungefähr 60 minuten länger habe ich leider nicht zeit aber ich denke in 60 minuten können wir uns da schon ein bisschen durch wurschteln durch unser eigenes sonnensystem so hallo janis haja einmal hallo ich bin ein mensch hallo andere gaming hallo dr hu123 arnell hi mal gucken also die letzten tage auf meinem kanal waren wirklich sehr interessant der abonnenten zuwachs ist enorm und auch die abrufe sind extrem oh ich muss schon wieder gucken wegen der bandbreite machen wir jetzt auch kein ärger hier das vergesse ich eigentlich jedes mal wenn ich ein live stream starte dass die bandbreite auch ein problem sein kann also obwohl eigentlich die anbindung die ich habe ausreichend ist gibt es ab und zu ein paar probleme ich weiß eigentlich nicht an was das genau liegt muss ich ganz ehrlich sagen also ob das jetzt youtube ist ob das meine leitung ist ob das irgendein peering problem ist aus verschiedenen netzen raus aber ab und zu mal bricht mir die verbindung weg das werdet ihr dann auch merken dann wird das live stream kurz unterbrochen geht aber normalerweise gleich weiter also solange ich jetzt nicht sagt das vorbei ist ist der live stream eigentlich auch nicht vorbei also meine meine leitung ist ziemlich lang aber ich habe wie gesagt ausreichende leitung also ich kann eigentlich auch mit 4k streamen aber das habe ich bis dato noch nicht so richtig ausprobiert das liegt daran dass bei manchen einstellungen im youtube live streaming die 4k funktion ausgeblendet ist warum weil nämlich ich jetzt momentan umgestellt habe auf eine schnelle reaktionszeit das heißt also die latenz zwischen meinem stream und eurem was ihr wahrnehmt ist möglichst gering gehalten damit ich vernünftig auf die auf dem chat reagieren kann denn vorher war das immer so da hatte ich 20 30 sekunden verzögerung das war sehr unangenehm österreich jawoll kannst du dein gesicht zeigen heute nicht im letzten live stream habe ich ja die facecam eingeschaltet aber heute fühle ich mich nicht wie soll man sagen kameratauglich also heute müssen wir die facecam weglassen ich muss mir das ja noch überlegen eigentlich seit einem halben jahr überlege ich mir hier das ganze so zu bauen dass das ganze ein bisschen einfacher möglich ist oder auch vor allem dass ich gucke dass ich die beleuchtung so hinbekomme dass ich auch wenn es dunkel ist vernünftig eine facecam verwenden kann ich weiß noch nicht wie ich das mache muss ganz ehrlich sagen das ist so ein von der priorität her eher rückgewandt also ich bin jetzt nicht derjenige der unbedingt immer vor der kamera stehen muss ich meine ich bin das gewohnt das ist auch kein thema aber der aufwand ist halt immer das thema ja wie wie viel aufwand will man für einen youtube kanal generieren generieren und vor allem wie kann man das so machen damit man halt die ganze wohnung verunstalten muss nur weil man jetzt hier am youtube macht das will ich ja auch vermeiden also das ist ein hobby von mir und insofern will ich jetzt nicht die ganze bude umbauen dass das ganze hier ein hochprofessionelles studio wird unabhängig davon kann ich mir das ja auch gar nicht leisten so ein studio da hätte ich gerne die kohle zu ja dann ich glaube ich das geld hätte dann würde ich tatsächlich ein schönes studio einrichten mit allem drum und dran aber ist natürlich auch eine frage der der finanziellen möglichkeiten und die habe ich jetzt nicht also mein hobby soll ja möglichst in einem bereich bleiben wo es ein hobby ist also hauptberuflich youtube das wüsste ich gar nicht ob ich das wirklich will wenn ich ganz ehrlich bin also muss man gucken wenn man mal was weiß ich eine millionen abonnenten hätte und dann dementsprechend auch einnahmen generieren könnte dann wäre natürlich auch dementsprechend die idee zu sagen ja gut dann mache ich es halt hauptberuflich aber da habe ich leider eine andere passion meinen derzeitigen beruf den will ich auch nicht an nagel hängen also dann bleibt es jetzt erstmal hier ein hobby denkst du dass der mars besiedelt werden kann ja das ist ein thema das in den nächsten jahrzehnten wahrscheinlich auch verfolgen wird ja also ich gehe davon aus dass man den mars besiedeln kann aber der aufwand ist exorbitant hoch also man darf nicht vergessen die logistische geschichte bezüglich des materials welches man zum mars bringen will oder muss ist natürlich gigantisch ich denke das dauert noch 100 jahre muss ich ganz ehrlich sagen also wenn man sich mal die technologische entwicklung anschaut bezüglich der raketentechnik dann kommen davon ausgehen dass also die raketentechnik vermutlich auch schon in zehn jahren soweit wäre aber die frage ist natürlich auch bezüglich der logistik wie bringe ich das ganze zeug dahin oder oder kann ich auf dem mars einrichtungen bauen die in der lage sind material zu verarbeiten denkst du dass es sich elon musk im moment verscherzt ja also ich sag mal was er jetzt in letzter zeit alles gebracht hat ist natürlich teilweise hanebüchen ich will den mann jetzt nicht bewerten aber er sollte halt ein bisschen wie soll man sagen ein bisschen nachdenken bevor er irgendwas von sich gibt aber gut er ist halt eher so ein kindskopf muss man auch ganz ganz klar sagen der lebt so ein bisschen in seiner eigenen welt aber ja also verscherzt würde ich jetzt nicht sagen aber er muss natürlich ein bisschen aufpassen was er da alles erzählt aber er ist ja er ist ja ein guter ja kann man ja überhaupt nicht meckern also insofern denke ich geht das ganze schon wieder auf die kette aber ich bin mal gespannt ja was er da noch so alles veranstaltet hallöchen sonnensturm gehört und dass man vielleicht polarlicht in deutschland fotografieren kann heute habe ich nichts gehört ich habe mir jetzt die in letzter zeit die sonnenaktivität nicht angeschaut also ich habe ehrlich gesagt nichts auf der also nichts mitbekommen dass hier ein sonnensturm gewesen sein soll oder dass man polarlichter in deutschland anschauen kann ganz ehrlich weiß ich nichts fahren müsste ich erst mal gucken aber wenn dem so ist dann ist es so kommt ab und zu mal vor ich finde es okay wie du es machst muss für mich nicht professioneller werden die infos sind ja genau sie pilots das denke ich auch ich versuche das ganze so gut wie möglich zu machen natürlich und das ist leider so oder was heißt leider es ist so dass ich ab und zu auch mal ein bock schieße ja aber es ist einfach es ist normal also fehler machen leute ist ganz normal ist tagesgeschäft ich mache am tag mindestens zehn fehler also wenn ich da mal so mit zähle aber das ist überhaupt nicht schlimm also solange man das noch versteht dass man fehler gemacht hat aber das ist eine ganz normale geschichte man darf sich da auch nicht zu sehr unter druck setzen wenn ab und zu mal in meinen videos was vorkommt was jetzt nicht ganz stimmt weil ich einfach vielleicht den artikel nicht richtig gelesen habe oder sonst was dann ist das ganz normal finde ich jetzt auch nicht schlimm kann ich auch gut normalerweise damit umgehen manchmal regt es mich halt selber so auf dass ich da so ein mist gebaut habe dass ich mich ein bisschen ärgere aber es nutzt ja nichts also es ist normal glaubst du man würde eine information öffentlich preisgeben wenn es sich um verlassene alien ruinen handelt also ich da ich bin der meinung dass die geschichte mit einer außerirdischen zivilisation welche in unserem sonnensystem bereits bauwerke errichtet hat relativ gering ist also die chance dass das so ist warum ist das so die entwicklung von intelligenten leben innerhalb von sonnensystemen oder sternensystemen ist wirklich ein hochkomplexes thema es ist auch wirklich also nicht einfach das leben so weit zu entwickeln dass eine intelligente spezies sich herausbildet die in der lage ist technologie zu nutzen darum ist es also mit diesen ganzen bauwerken die man in unserem sonnensystem vermutet ich habe gestern zum beispiel bei klicks oben beim christoph gesehen da hat er ein video gemacht da ging es um ceres das auf ceres ein rechteck entdeckt wurde oder ein quadrat oder irgendwas also das ist eine natürliche struktur ja also die natürlichen strukturen die dabei eine rolle spielen wie sich solche zum beispiel quader entwickeln bekenntnisse auf der erde es gibt zum beispiel vulkangestein das bricht also in bestimmten winkeln meistens 90 grad ja das heißt also diese kristalline struktur hat eine eine struktur die das brechen dieses materials in einem 90 grad winkel ermöglicht jetzt brechen diese 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 einzelnen bestandteile auseinander und von oben schaut es aus wenn es lauter rechtecke und quadrate wären ist aber eine natürliche erscheinung genauso ist es bei ceres dieses quadrat um das da geredet wurde oder was auch immer ist eine natürliche struktur die dadurch entstanden ist dass ein meteorit auf dies auf ceres eingeschlagen ist und das sich abkühlende material beim zusammenziehen eine rechteckige struktur angenommen hat aber das sind keine bauwerke ihr müsst ihr mal überlegen wenn man sich mal unsere planeten anschaut den mars zum beispiel bauwerke die sich auf einem planeten zum beispiel befinden würden müssten aus einem extrem hochwertigen material gebaut sein dass die eine solche so lange zeit überstehen gut jetzt kann man darüber diskutieren maßdünne atmosphäre kein regen kein wind kein nichts oder auch auf ceres da gibt es ja gar nichts dann könnte man sagen okay diese bauwerke halten sich länger oder auf unserem mond zum beispiel aber ich habe noch nichts gesehen weder in einem satelliten bild also von einer sonde aufgenommen noch sonst irgendwas wo ich gesagt hätte das ist jetzt eine außerirdische struktur wobei man es natürlich nicht hundertprozentig ausschließen kann das gebe ich auch zu aber ich halte das momentan für unwahrscheinlich aber ich war noch nicht auf maß ich war auch noch nicht auf ceres vermutlich wird man höhere auflösungen brauchen um das dann auch wirklich darzustellen was das genau ist wir erinnern uns an das sogenannte mars gesicht ja wir hatten ja in den 70er jahren schon sonden die den mars untersucht haben da wurde das mars gesicht entdeckt am ende des tages war es dann doch eine natürliche struktur also muss man erst mal gucken gibt doch hunderte bilder von mars wo pyramiden pyramiden ähnliche strukturen gibt ja diese pyramiden ähnlichen strukturen sind gekippte quater quater aus vulkanischen gestein ja also es ist halt so dass in der natur sehr viele strukturen vorkommen die auf bestimmten physikalischen prozessen basieren die eine künstliche anmutung haben aber in keinster weise künstlich sind auf unserem planeten gibt es sehr sehr viele strukturen vor allem in vulkanisch aktiven gebieten wenn man das von oben anschaut dann könnte man auch meinen das sind bauwerke aber es ist halt einfach nicht so was sind neben der astronomie deine liebsten hobbys und interessen ich spiele sehr gerne computer ja also ich wenn ich zeit habe also momentan habe ich relativ wenig zeit das muss ich leider zugeben heute habe ich mal wieder ein bisschen gespielt aber meistens nur so eine stunde oder so und dann war es das eigentlich auch wieder sehr schade also ist ein liebes ist ein hobby von mir das mache ich sehr gerne was habe ich in letzter zeit spiel no man's sky habe ich zum beispiel wieder gespielt vorher habe ich zum beispiel far cry 5 gespielt was habe ich noch vorher gespielt shadow of war habe ich gespielt also ab und zu spiele schon diablo spiele ich gerne spiele ich noch sehr gerne path of exile wenn ich mal zeit habe wenn mal wieder neue season losgeht also ich spiele schon sehr viel wenn ich die zeit habe aber zeit ist halt auch so ein thema das die muss man die muss man sich erst mal freischaufeln und das hobby jetzt hier mit astronomie ich habe das heute wieder gesehen ich habe also heute zum beispiel mal an gas na angeschaut da ging es um wellen funktionen also die berechnung von wellen funktionen und die darstellung von wellen funktionen im in der quantenmechanik eben also in den bereichen der quantenmechanik da habe ich mir mal eine stunde gegeben was der gastner da an formeln produziert die herleitung zum beispiel der schrödinger gleichung ja mir hat der kopf geraucht ich meine grundsätzlich verstehen ist nicht das thema aber die 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 leistung die schrödinger zum beispiel erbracht hat mit seiner gleichung ist wirklich phänomenal aber ich würde jetzt nicht sagen dass ich mathematik im großen ganzen verstehe den gastner den schauen wir gerne an weil der gast da wirklich ein guter mann ist ja also den kann man wirklich anschauen und man versteht es auch er kann unglaublich gut erklären er ist wirklich ein genie was die didaktik angeht und darum schaue ich mir das immer an und da gehört natürlich auch dazu dass man sich mal eine stunde hinsetzt und sowas anschaut und wenn man das hobby betreibt dann informiert man sich natürlich auch über verschiedenste sachen und da geht schon zeit drauf und dann muss man halt überlegen was man so mit dem rest des tages macht darf man fragen ob du auch in einem ähnlichen bereich arbeitest intelligent genug für ein wissenschaftler scheint zu sein ja ob ich jetzt intelligent genug für ein wissenschaftler bin weiß ich nicht also ich würde mich jetzt nicht mit gassner oder lesch vergleichen muss ich ja ganz klar sagen das ist noch mal eine ganz andere hausnummer die haben natürlich ihr ganzes leben sich einem thema gewidmet während es bei mir ein hobby ist aber ich arbeite nicht im bereich physik oder im bereich astronomie ist ein reines hobby von mir ich arbeite mit tesla fahrzeugen ja das ist also mein beruf aber die astronomie ist halt mein steckenpferd also ist wirklich etwas was mich hoch hoch interessiert zwar aber jetzt müssen wir mal gucken ich habe das sonnensystem reingeschrieben dann sollte ich jetzt auch langsam mal anfangen mit meinem merkur bei space engine ist es hochinteressant weil wir einfach die strukturen sehr schön sehen ich habe nicht die höchste höchstmögliche auflösung display space engine gibt man sieht hier dass die texturen leicht verwaschen sind es gibt bessere textur pakete für für space engine die das ganze noch besser darstellen aber ich habe nicht ja überhaupt einfach nicht installiert warum ich weiß nicht weil ich weil ich weil diese texturen nur das sonnensystem betreffen und ich mit space engine hauptsächlich zum beispiel auch andere dinge visualisieren will und darum habe ich diese textur pakete nicht runtergeladen aber bei merkur haben wir ein sehr interessantes thema merkur ist nicht der heißeste planet in unserem sonnensystem obwohl er der sonne am nächsten ist in den kratern die wir jetzt hier sehen also hier in diesem bereich in diesen schatten bereichen wurde tatsächlich wassereis festgestellt das heißt also es gibt ja tatsächlich wasser auf dem merkur man will das nicht glauben aber es ist relativ einfach zu erklären die sonneneinstrahlung die der merkur abbekommt ist in einer gewissen weise zwar für die bereiche die direkt beschienen werden ein problem bezüglich der hitzeentwicklung aber in den schattenbereichen ist es wirklich extrem kalt minus 150 grad und darunter und das bedeutet dass also in diesen bereichen diesen schattenbereichen der krater tatsächlich eis existiert das wurde festgestellt ähnlich wie bei unserem mond jetzt auch festgestellt wurde dass es auf der mondoberfläche eis gibt wassereis gibt es das tatsächlich auf dem merkur früher hat man ja immer gedacht eis ist irgendwas ganz was besonderes wasser gibt es nur auf der erde etc etc aber das müssen wir mittlerweile revidieren auch im bereich der forschung der exoplaneten haben wir festgestellt dass exoplaneten einen sehr hohen wasseranteil haben dass es sehr sehr viele exoplaneten gibt die bis zu 50 prozent wasseranteil haben die erde zum vergleich hat 0,02 prozent wasseranteil das heißt wir sprechen hier über wasserwelten die aus wasser bestehen aus eis bestehen aus wasserdampf bestehen also wasser ist im universum nicht das problem wenn wasser ein garant dafür ist dass es leben gibt dann müsste es im universum so viel leben geben dass wir gar nicht wissen wohin damit letztens wurde auch festgestellt dass in einer protoplanetaren scheibe ein jet entstanden ist also eine beschleunigte partikelwolke und diese wolke besteht aus wasserdampf ja also man stellt sich das mal vor hochinteressant also merkur wie gesagt ein hochinteressantes objekt in unserem sonnensystem der sonnennächste planet mit einer interessanten oberflächenstruktur mit so dem ein oder anderen geheimnis wie gesagt wassereis hochinteressant so kommen wir mal zur venus die venus ist da ganz anders drauf die venus hat eine extrem dichte atmosphäre bodendruck 90 bar zum vergleich auf unserer erde herrscht so ein druck von ein bar 90 bar ist ein druck wo du ziemlich platt bist wenn du den aushalten musst die venus atmosphäre besteht hauptsächlich aus kohlendioxid und schwefel also nicht unbedingt eine lustige geschichte es wird aber vermutet dass in den oberen atmosphärischen schichten tatsächlich auch wasserdampf existiert das müsste man sich ein bisschen näher anschauen in der vergangenheit wurden auf der venus auch interessante wolkenstrukturen festgestellt eine verdunkelung der wolkenstruktur da gibt es eine forschung zum thema bakterielle per bakterielles leben auf der venus die wahrscheinlichkeit dass es auf der venus in den oberen atmosphärischen schichten leben gibt also bakterien wird durchaus für möglich gehalten momentan gibt es eine interessante idee man will also mit einem segelflugzeug die venus atmosphäre genau untersuchen das projekt wird gerade geplant und umgesetzt wir müssen mal gucken wie das weitergeht mit der venus also grundsätzlich die idee dahinter ist natürlich sexy darüber nachzudenken dass in der venus atmosphäre leben existiert aber es ist eine reine vermutung die venus hat vulkanismus auch relativ frisch ja das heißt also auf der venus gibt es tatsächlich vulkane es gibt auf der venus eine art platten tektonik subduktionszonen wurden entdeckt die aber nichts mit der normalen platten tektonik auf unserem planeten zu tun haben platten tektonik war jetzt auch irgendwie der falsche begriff es handelt sich um subduktionszonen das bedeutet das eine material schiebt sich unter das andere vermutet wird dass der hohe druck in verbindung mit der hohen oberflächentemperatur dafür verantwortlich ist auf der venus hat 440 grad grad celsius ist auch ein riesen ding weil die erste sonde die auf der venus gelandet ist hat nicht lange überlebt ich glaube 20 30 minuten hat aber fotos gemacht und den druck gemessen und dann hat man festgestellt acht blöde idee ja das heißt sonden die auf der venus sich in zukunft befinden wollen müssen dementsprechend gegen druck und hitze geschützt sein ich bin mal gespannt wann es das erste fahrzeug dann wirklich vernünftig schafft weiß nicht ja mal gucken also wird eine interessante geschichte dann haben natürlich unsere erde die in unserem sonnensystem eine ja eine herausragende stellung einen warum es ist unser heimatplanet und dieser heimatplanet wenn man zum beispiel von dieser seite anschaut ihr seht selber hat jetzt hier keine kontinente er warum einfach hier einfach ein großer ozean nämlich der pazifik ist war auch ein interessantes thema als elon musk seine folgen heavy gestartet hat und dann diese video über übertragung stattgefunden hat von tesla dann hat jeder dann hat jeder nur das gesehen ja und jeder hat gesagt das ist ja voll der fake da gibt es ja keine kontinente also die erde man muss sie einfach so verstehen wie sie ist ja und es gibt einfach hier in diesem bereich einen gigantischen ozean und hier haben wir dann eben landmasse die verteilung der landmasse im vergleich zum wasser ist eigentlich wenn man es genau nimmt und wenn man es planen müsste optimal planeten mit wasseroberflächen reinen wasseroberflächen eignen sich zum beispiel nicht unbedingt für höher entwickeltes leben warum es ist sehr interessant auch festzustellen dass unsere technologische entwicklung direkt unter anderem zusammenhängt mit einer landmasse denn wenn wir unter wasser dann hätten wir ein problem bezüglich der materialentwicklung ich sage immer wer eisen schmelzen will muss sich auf an land befinden ja und das ist natürlich so ein thema über das man gut diskutieren kann jemand hat mir dann in die kommentare geschrieben und reingeschrieben pass mal auf es könnte ja auch wasserplaneten geben auf denen eine lebensform schwimmt ja das heißt also das wäre wirklich ein guter ansatz dass man auf einem exoplaneten eine riesengroße lebensform hat die ganze kontinente umfasst und auf dieser lebensform könnten sich andere lebensformen entwickeln also grundsätzlich also ich habe immer gesagt naja ohne landmasse geht es nicht aber der ansatz ist eigentlich sehr gut und das muss man natürlich ein bisschen überlegen ob das vielleicht dann doch irgendwie möglich wäre aber unsere erde ist ganz was besonderes zumindest für uns wir wissen noch nicht ob es im all eine ähnliche einen ähnlichen planeten gibt wir wissen auch noch nicht ob es auf anderen planeten leben gibt und solange wir das nicht wissen sollten wir halt auf unsere erde ein bisschen aufpassen ich meine der erde wird es relativ egal sein wenn wir uns selber irgendwie über den jordan befördern aber was die ja was uns angeht sollten wir auf die erde aufpassen dann kommen wir zum nächsten planeten zum mars der mars ist ja ja ein hochinteressantes thema überhaupt bezüglich der möglichen besiedlung wir haben kann am anfang eingangs mal drüber gesprochen bezüglich der besiedlung des masses der mars bietet halt einfach bedingungen wo man sagen kann ja gut okay das macht sinn da eine kolonie zu gründen es ist nicht wie auf der venus extrem heiß der druck ist nicht so hoch das heißt also man könnte durch habitat eine vernünftige lebensumgebung für menschen erschaffen der mars hat ein paar interessante ressourcen zur verfügung das heißt man hat unter der marsoberfläche auch wassereis entdeckt und zwar bei kratern die relativ neu sind in anführungsstrichen hat man gesehen dass bei den abbruchzonen wassereis existiert das wäre natürlich eine gute ressource um zum beispiel eine kolonie zu betreiben auch die anderen ressourcen wie zum beispiel kohlenwasserstoffe sind auf dem mars vorhanden das würde im weiteren dann dazu führen dass man tatsächlich auch energie erzeugen kann elon musk wie gesagt hat er die idee mit spacex eine kolonie zu gründen die aus den ressourcen die auf dem mars existieren dann die kolonie versorgt so müssen wir das auch machen denn die ganze zeit hin und her fliegen und irgendein zeug durch die gegend fahren weiß auch nicht wird wahrscheinlich nichts bringen also wenn dann muss die kolonie autonom oder autark funktionieren und mal gucken wie das weitergeht der mars wie gesagt ist deswegen auch interessant weil die möglichkeit der erforschung relativ einfach ist wir haben auf dem mars schon ein paar rover wir wissen dass es auf dem mars vermutlich früher wasser gegeben hat ein großteil des wassers dürfte sich ins all verflüchtigt haben also also als form von wasserstoff der sauerstoff dürfte dann auch hauptsächlich dafür verantwortlich sein dass es auf dem mars rot ist also quasi oxidierende metalle aber es gibt natürlich einen großen anteil von wasser der vermutlich noch unter der oberfläche existiert der mars hat momentan keinen extrem sichtbaren vulkanismus es wird vermutet dass es unter der oberfläche noch aktivitäten gibt es wird auch vermutet dass der kern vielleicht noch aktiv ist es wird eine sonde jetzt hingeschickt die sich mit dieser thematik näher beschäftigen wird beschäftigen wird bezüglich der seismischen aktivität auf dem mars um eben festzustellen ob da drin noch irgendwas passiert oder nicht dann mache ich jetzt kurz mal ein break und lese mal eure kommentare es ist doch schon wieder sehr viel harald lesch hat im heutigen video die möglichkeit des terraformen und dem mars verneint die beiden marsmonde würden an der atmosphäre reiben und abstürzen aha ja gut das ist natürlich ein interessanter absatz wenn man sich ansatz wenn man sich jetzt über das terraforming unterhält die beiden marsmonde sind tatsächlich ihrem planeten sehr nahe das heißt wenn man den mars mit einer vernünftigen atmosphäre ausstatten will dann würde das tatsächlich dazu führen dass die marsmonde auf guter reibung der ausgedehnten atmosphäre an geschwindigkeit verlieren und dann auf den mars stürzen da phobos und deimos nicht unbedingt kleine brocken sind könnte man natürlich dann die pest mit der cholera tauschen ja gut aber man darf natürlich eins vergessen die beiden monde die jetzt um den mars kreisen wenn ich mal terraforming in dieser größenordnung beherrsche dann kann ich die monde auch aus dem weg schaffen ja die müsste ich dann einfach auf eine höhere umlaufbahn bringen oder ganz aus der mars umlaufbahn befördern also das ist jetzt wieder eine argumentation die die zwar richtig ist aber natürlich auch im weiteren mit den kausalen zusammenhängen bezüglich der technologischen entwicklung einer zivilisation vielleicht nicht ganz hinkommt denn natürlich könnte ich die monde dann auch ein bisschen weg schieben wenn ich lust habe vielleicht mit dem laser oder mit meinem eigenen antrieb unmöglich ist erstmal nichts solange man die physikalischen zusammenhänge versteht aber der lesch hat natürlich recht mache ich jetzt nur terraforming habe echter probleme der atmosphäre bezüglich der bremswirkung der moleküle in verbindung mit dem mond wäre sicher noch interessant was der maus sonst noch so rohstoffe bezüglich der metalle oder seltene erden also metalle und seltene erden kann man kann davon ausgehen dass der mars aufgrund seiner masse und seiner dichte tatsächlich einen bestimmten anteil an metallen hat vermutlich nicht so im prozentualen verhältnis wie die erde aber trotzdem mit sicherheit so geeignet dass man diese materialien dann im weiteren verwenden kann viel zu heftig auf dem mars die stürme würden doch alles weg finden giftiger bodentemperaturen sind auch nicht so toll ja natürlich ist es eine eine herausforderung eine mars kolonie zu gründen da brauchen wir gar nicht reden also der mars ist es ist jetzt nicht um das ist kein urlaubsort ja das heißt wenn ich da hinfliege und eine kolonie gründe dann muss ich damit rechnen dass das auch in die binsen gehen kann also einfach ist es natürlich nicht aber wir haben momentan ja in unserem sonnensystem nur also mars der einigermaßen vernünftig besiedelbar ist alle anderen planeten kannst ja vergessen die venus erscheintet aus merkur brauche gar nicht drüber reden beim mond würde ich jetzt auch nicht unbedingt drüber reden wollen dass man da eine kolonie eine große kolonie gründet die idee im hintergrund bei dem mond ist ja die wirtschaftliche nutzung des mondes bezüglich der möglichkeit energie zu sparen bei raumschiffstarts also und auch die verwendung von bestimmten materialien auf dem mond zur entwicklung von raketentreibstoff also das ist der mond und natürlich würde man vermutlich erstmal eine station auf dem mond gründen und eine kolonie aber was heißt station eine basis halt wo man dann ein bisschen rumprobieren kann der mars ist noch eine ganz andere hausnummer du hast recht die stürme in verbindung mit der umgebung des extrem giftiger der extrem giftigen oberfläche das sind halt alles dinge die muss man vorher erstmal überlegen wie man das ganze dann handeln kann und dann eben die geschichte durchziehen oder nicht es kann natürlich auch sein dass im weiteren irgendwann mal festgestellt wird mit der momentanen technologie braucht man das gar nicht machen dann wird man es vermutlich auch nicht tun ja also mal gucken wie sich das entwickelt also ich bin eigentlich guter dinge man darf als menschheit auch nicht immer sagen das geht nicht ja wenn wir das immer sagen würden dass etwas nicht geht dann würden wir noch auf bäumen sitzen leute es gibt auch die möglichkeit ein bisschen zu träumen und zu sagen wie kann ich es denn umsetzen und dann eben zu sagen okay wenn ich es umsetzen will dann muss ich das und das machen damit es funktioniert so funktionieren im übrigen auch projekte eine projektlinie mit dementsprechenden milestones und gucken ob ich das projekt dann erreichen kann also grundsätzlich ausschließen würde ich eine mars kolonie nicht aber es ist ein extrem aufwendiger logistischer part den wir in den nächsten jahren erstmal genau gucken müssen ob wir das hinbringen oder nicht mal gucken wie sich das entwickelt mit spacex ich bin sehr gespannt ja also wie gesagt es gibt entwicklungen momentan die sehr positiv achte und darum müssen wir einfach mal gucken wie sich das entwickelt also der mars mein lieben ja mars hochinteressantes thema mal gucken wie sich das dann in den nächsten jahren darstellt bezüglich der möglichkeit einer einer kolonisierung ja dann haben wir ceres ist jetzt nicht unbedingt ein planet wird als kleinplanet gehandelt ceres ist ein hochinteressantes objekt ich habe es eingangs erwähnt bezüglich des videos von klicks um der bezüglich der strukturen auf ceres ceres ist tatsächlich cryo aktiv das bedeutet dass bestimmte mineralien in verbindung mit wasser eis und anderen materialien an der oberfläche ausgestoßen werden wir haben hier einen krater wenn ich den jetzt erfinde es müsste eigentlich hier auch ein bisschen mit dabei sein ein bisschen zeit beschleunigen damit sich ceres mal einmal um sich selber drehen kann würde ich das gerne mal zeigen das ist nämlich in diesem texturpaket schon mit drin es ist auch hier dieser frische grater mit dabei also ceres hat aufgrund der oberflächen struktur interessante inhalte ceres hat tatsächlich einen aktiven cryo kryo vulkanismus man sieht es hier pause nein nicht schneller ja wenn es mal drauf ankommt dann kommt man hier ins schwitzen also diese strukturen zum beispiel diese hellen strukturen bedeuten dass hier salze an der oberfläche sich befinden diese salze wurden tatsächlich durch einen bestimmten physikalischen prozess aus ceres heraus befördert man überlegt noch ob es sich hier um einen aktiven kern handelt ob es wirklich eine bestimmte wer eine wärmeentwicklung innerhalb von ceres gibt die das ermöglicht oder ob es sich um kryo vulkanismus handelt also quasi eine art von vulkanismus der extrem bei extrem niedrigen temperaturen stattfindet aber es ist trotzdem sehr interessant dass ein objekt in unserem sonnensystem welches ja eigentlich als tot gilt also oder tot galt ganz neue erkenntnisse bezüglich der entwicklung von kleinplaneten angibt also wirklich toll ceres ist noch interessantes objekt in unserem sonnensystem befindet sich im astroiden gürtel ist eines der größeren objekte im astroiden gürtel und deswegen auch ein interessantes forschungsobjekt mal gucken es wäre interessant auf ceres eine sonde landen zu lassen genau in diesem krater hier und sie und sich dieses material mal ein bisschen genauer anzuschauen was das genau ist wie es entstanden ist etc das würde mich persönlich jetzt interessieren wir werden uns in unserem sonnensystem ausbreiten müssen wenn wir uns als zivilisation weiterentwickeln gesellschaft technologisch und wirtschaftlich ich halte die entwicklung also der menschheit auch für essentiell was diesen bereich angeht das heißt also bezüglich der zivilisatorischen entwicklung wäre eine kolonisierung unseres planeten system ist natürlich vorrangig eine gute idee wir wissen ja alle dass aufgrund von äußeren einflüssen meteoriten zum beispiel oder auch sonnenaktivität unsere zivilisation sehr fragil ist das heißt wir müssen uns im laufe der zeit in eine bestimmte richtung entwickeln und dazu gehört die kolonisierung unseres eigenen sonnensystems über die kolonisierung von anderen sternensystem wollen wir erstmal gar nicht reden denn da haben wir überhaupt noch keine technologie die wir uns jetzt hier zusammenbasteln könnten und damit das ganze funktioniert aber die besiedlung des eigenen sonnensystems wäre schon mal ein ansatz wie gesagt der mars ist so im fokus momentan aber er war schon öfter mal im im fokus und darum ist es eben das thema wie entwickelt sich das ganze jetzt wie kann man im laufe der zeit technologien entwickeln da gehört unter anderem auch dazu dass man material zum beispiel aus dem asteroidengürtel extrahiert wenn zeres zum beispiel einen metallischen kern hat einen eisennickelkern oder vielleicht auch andere materialien dann könnte man auf zeres eine fabrik bauen die unter anderem dafür sorgt dass material aus dem asteroidengürtel zum mars befördert wird wo daneben diese kolonie gebaut wird also man muss da ein bisschen größer denken wenn man solche projekte angeht aber es gibt einfach noch ein paar schlüssel technologien die nicht so weit entwickelt sind damit wir das jetzt machen können ja momentan sind wir noch ein bisschen ja ich will jetzt sagen rückständig ist das falsche wort aber es müssen einfach die verschiedenen interdisziplinären geschichten wie zum beispiel raumfahrt materialtechnik ingenieurwesen bauwesen dementsprechend dann angepasst und weiterentwickelt werden damit man sowas umsetzen kann momentan sind wir noch nicht so weit aber es wird sich in den nächsten jahrzehnten entwickeln wir sehen ja auch dass die technologische entwicklung unserer zivilisation sehr gut voranschreitet das heißt wir haben eine extreme technologische entwicklung in den letzten 100 jahren erfahren und wenn man das mal jetzt weiter rechnet auf die nächsten 100 jahre dann werden wir natürlich dementsprechend neue technologien entwickeln die uns dabei helfen werden wir müssen natürlich immer aufpassen dass wir aufgrund unserer entwicklung unseren planeten nicht zu sehr belasten weil die erde ist nicht unendlich belastbar kommen wir nun zum jupiter wir sehen hier bei jupiter dieses ringsystem jupiter hat tatsächlich ein ringsystem welches wir jetzt in space engine hier sehr schön anschauen können dieses ringsystem wurde unter anderem durch sonden entdeckt vorher hatte man das noch nicht so gesehen aber mit den sonden kann man jetzt dementsprechend auch aufnahmen dieses ringsystems machen jupiter hat natürlich einen haufen monde die können wir uns in space engine hier auch angucken die vier größten monde sind hier einzeln aufgeführt io europa ganymed und callisto ganymed der größte mond in unserem sonnensystem ist wirklich ein riesenbrocken vergleicht man den mit merkur wird man feststellen dass ganymed größer ist als merkur also ein riesenbrocken wenn man den mal so betrachten will allerdings ist es natürlich auch so dass jupiter aufgrund seiner entstehungsgeschichte ja relativ früh in unserem sonnensystem vermutlich entstanden ist und natürlich aufgrund seiner gravitation in der lage war es junge gesteinsplaneten auch an sich zu binden man kann davon ausgehen dass sehr viele monde des jupiters also die eine bestimmte größe haben vielleicht in einem bestimmten in einem bestimmten zeitabschnitt in der entstehung unseres sonnensystems von jupiter eingefangen wurden es waren vielleicht eigenständige planeten nichtsdestotrotz hatte jupiter in seiner anfänglichen entstehungsgeschichte auch eine art scheibe um sich herum mit material daraus haben sich natürlich auch dementsprechend monde gebildet das ist auch teil von bestimmten forschungsarbeiten herauszufinden wie jupiter zu seinem mond genau gekommen ist da gibt es sehr viele simulationen auch bei supercomputern die das ganze ein bisschen darstellen aber wir haben hier sehr sehr viele interessante monde in europa zum beispiel europa ein extrem interessanter mond mit einer eiskruste europa hat unter anderem auch kryo vulkanismus allerdings geht man auch bei europa davon aus dass dieser vulkanismus teilweise auch damit zusammenhängt dass der mond einen aktiven kern hat bei europa hat man auch mit dem habel space teleskop festgestellt dass es fontänen von eis und wasserdampf gibt welche aus dem mond heraus schießen ähnlich wie bei c ähnlich wie bei enceladus entschuldigung beim saturn mond haben wir hier also eine bestimmte aktivität die uns vermuten lässt dass es unter diesem eispanzer tatsächlich eine also hitze gibt das heißt also warmes wasser heißes wasser und das könnte natürlich auch die voraussetzung sein dass sich leben entwickelt ich sagte in unserem wunderschönen sonnensystem gibt es immer noch sehr sehr viele geheimnisse von denen wir keine ahnung haben unter anderem eben genau diese thematik dass also europa also aufgrund seiner oberflächen struktur und auch dessen was man vermutet was unterhalb dieses eispanzers ist ein guter kandidat für leben in unserem sonnensystem ist dann schauen wir uns noch iu an iu ist auch ein sehr interessanter mond geprägt von vulkanismus also extreme bedingungen auf diesem kleinen mond was heißt klein klein ist relativ also klein ist er nicht aber auch eine sehr interessante welt wenn man mal das so sagen darf ein komplettes kompletter unterschied zu europa während europa umgeben ist von einem dichten eispanzer ist iu eher ja eine schwefelwüste also unglaublich hohe vulkanische aktivität mit schwefelwolken die ins all hinaus schießen sogar europa bekommt ein bisschen was von diesem schwefel ab es wird nämlich vermutet dass die oberflächenfarbe von europa die teilweise auch so ins gelblich rötliche reingeht material von iu ist weil der einfach die ganze zeit entschuldigung rum kotzt mit seinem schwefel also was wir in unserem allein in unserem planetensystem für interessante welten haben die wir noch erforschen können ja also da müssen wir eigentlich gar nicht ins nächste planetensystem fliegen sondern wir haben allein in unserem sonnensystem so viele interessante mondeplaneten die wir uns anschauen können also da müssen wir eigentlich nicht durch die gegend ja also im grunde genommen müssen wir können wir uns die nächsten 500 jahre ruhig noch mit unserem sonnensystem beschäftigen man schreibt jetzt hängt jupiters großer fleck mit einem frühen astroiden einschlag zusammen irgendwo muss es also mit via entstanden sein ja also die entstehungsgeschichte des roten fleckes auf jupiter ist im grunde genommen dazu dadurch zu erklären dass aufgrund der atmosphärischen verhältnisse immer mal wieder eine gewisse konzentration entsteht von energie jupiter produziert ja in seinem inneren auch energie also das heißt er strahlt mehr energie ab als er von der sonne erhält und diese dynamik die innerhalb der atmosphäre entsteht ist hauptsächlich dafür verantwortlich dass es auf diesem planeten große rote stürme gibt oder einen großen roten sturm einen meteoriten einschlag würde ich jetzt mal ausschließen also die dynamik dieses sturm ist zeigt er darauf hin dass er sich aufgrund seiner entwicklungsgeschichte in einer bestimmten zeit entwickelt hat sich momentan auch in der abschwächung befindet das heißt der sturm wird kleiner und es kann sein dass jupiter in ihm sogar in unserer lebenszeit noch ja den sturm so weit abbaut dass es also keine nennenswerte struktur mehr ist mal gucken wie sich das entwickelt er hat also schon extrem an fahrt verloren dieser sturm ob das jetzt weitergeht oder ob das nur eine zeitlich begrenzte verringerung der aktivität ist ja da muss man mal schauen wie sich das entwickelt hat der jupiter eine oberfläche das ist eine sehr interessante frage also die jupiter atmosphäre besteht oben im grunde genommen an der obersten grenze aus verschiedensten gas also gas zusammensetzungen wasserstoff hauptsächlich ammoniak und noch andere dinge die man vielleicht nicht zu sich nehmen sollte darunter gibt es eine eine zone wo man unter anderem über super kritische zustände spricht das heißt also es wird vermutet dass es in jupiter selber metallischen wasserstoff gibt also eine super kritische substanz die dadurch entsteht dass der druck extrem hoch ist und dass die temperatur dementsprechend hoch ist das wird man sich mal näher angucken müssen wir haben momentan noch keine technologie um in den jupiter hinein zu tauchen also unsere sonden die wir haben würden da crashen es gibt momentan keine technik die wir haben die das ganze irgendwie auf die kette kriegen würde aber die genaue zusammensetzung bezüglich des aufbaus des jupiter ist also ein sehr schwieriges thema mal gucken wie sich das in der nächsten zeit entwickelt also es gibt ja auch die überlegung einen vorbeiflug zu planen einen sehr niedrigen vorbeiflug um bestimmte materialien aus der jupiter atmosphäre zu entnehmen aber das wird eine ganz kritische geschichte also mal gucken wie gesagt wie sich das entwickelt und ob es uns gelingt die atmosphäre des jupiters direkt zu untersuchen aber momentan ja ist es noch ein bisschen schwierig so jetzt gucken wir uns mal saturn an saturn ist ja auch ein sehr interessanter planet saturn mit seinen ringen hat natürlich die leute schon immer sehr fasziniert dieses ringsystem ist natürlich gigantisch jupiter hat zwar auch ein ringsystem aber bei saturn ist es natürlich wesentlich ausgeprägter und man kann das auch mit teleskopen wunderschön beobachten was bei saturn interessant ist ist unter anderem eine interessante struktur an den polen des saturns das sieht man jetzt hier leider nicht weil hier das eben geschwenkt ist da könnt ihr mal ein bisschen googeln es gibt auf saturn eine sechseckige struktur die den pol beschreibt das handelt sich hierbei um eine stehende welle das entsteht unter anderem in einer sehr dichten atmosphäre mit einer bestimmten resonanz innerhalb dieses systems also wirklich sehr interessant dass solche stehenden wellen nicht nur im labor nachgestellt werden können sondern dass sich saturn sogar die mühe gegeben hat diese stehende welle auch zu erzeugen also toll saturn macht halt einfach alles richtig dann kommen wir zu dem eigentlich ja also es gibt eigentlich zwei hochinteressante monde wir haben hier unter anderem enzel eigentlich können wir ihr petos auch noch mit dazu nehmen wir fangen mal mit enzeladus an enzeladus wurde ja von cassini untersucht cassini hat ja eine super mission abgeliefert ja enzeladus hat wirklich forschungsergebnisse geliefert die hätte man vorher niemals vermutet auf enzeladus gibt es auch einen dicken eispanzer ähnlich wie bei europa der vorbeiflug von cassini hat unter anderem gezeigt dass es hier dass es sich hierbei bei dem ausstoß von wasserdampf von umorganisches material handelt und das ist natürlich der absolute glückstreffer gewesen dass man festgestellt hat dass enzeladus organisches material extrahiert aus seinem inneren dann hat man überlegt ja ok woran könnte das liegen und dann hat man nämlich die eben die chemische den chemischen ablaufen bisschen simuliert was könnte denn verantwortlich sein dass es in enzeladus also organische verbindungen gibt und genau dieser prozess der in enzeladus dafür sorgt dass es organische verbindungen gibt ist dasselbe prozess wie auf der erde das heißt also bei heißen quellen oder unterseeschen quellen wo also vulkanische aktivität sei es beinahe nicht mehr rausgebracht wo vulkanische aktivität hauptverantwortlich dafür ist dass wasserstoff entsteht durch diese chemische reaktion genau das hat man bei enzeladus auch festgestellt was bedeutet dass die chemischen abläufe in enzeladus ähnlich sind wie auf der erde bei vulkanische aktivität unter dem meer hochinteressant es wird auch vermutet dass der salzgehalt des wassers auf enzeladus sehr hoch ist das könnte also eigentlich eine salzlache sein und man muss ja jetzt im weiteren gucken das wird tatsächlich jetzt geplant es gibt eine eine sonde die geplant wird die wird zu enzeladus fliegen die ist in der lage diese organischen moleküle genauer aufzuschlüsseln um zu und um unterscheiden zu können handelt es sich hierbei um einen chemischen prozess oder handelt es sich hierbei tatsächlich um die ja um leben also enzeladus und auch ein riesen kandidat für leben außerhalb unseres planeten wie gesagt man muss nicht unbedingt in andere planeten systeme oder stern systeme fliegen sondern also wenn man es mal genau sieht da sind die voraussetzungen dass sich leben in unserem sonnensystem entwickelt gar nicht so schlecht jetzt müssen wir es eigentlich nur noch finden und beweisen dass es so ist und dann können wir uns höheren zielen widmen wie zum beispiel anderen sternensystemen dann haben wir hier titan natürlich war in den letzten jahrzehnten auch sehr interessant was jetzt die forschung angeht wir sehen hier die angedeutete atmosphäre des titan titan hat eine relativ dichte atmosphäre die oberflächenstruktur könnte man wenn man es genau nimmt mit der erde vergleichen anders als auf der erde ist allerdings der wetterprozess der titan beschreibt durch kohlenwasserstoffe geprägt bei uns ist es ja wasser das heißt also wir haben einen wasserkreislauf und bei titan ist es ein kohlenwasserstoff kreislauf der hauptsächlich durch methan abgebildet wird es gibt auf dem titan methan meere das heißt also aufgrund der niedrigen temperatur ist methan da flüssig und durch die sonneneinstrahlung gibt es sogar ein wettersystem welches tatsächlich auch zu beobachten ist es wurde auch vermutet dass es auf dem methan wassereis gibt in verbindung mit der atmosphäre und bestimmter vulkanischer aktivität die man noch finden muss genau wäre dann tatsächlich es auch möglich dass es warmes wasser gibt allerdings sind die voraussetzungen bezüglich leben so wie wir es kennen trotzdem nicht wirklich gut gegeben aber man könnte sich natürlich überlegen wie das wettersystem des titans in verbindung mit methan und den abläufen vielleicht etwas produzieren könnte was wir noch gar nicht kennen auch titan ist ein sehr interessantes forschungsobjekt für zukünftige sonden man will tatsächlich auch ein segelflugzeug auf titan einsetzen dieses segelflugzeug wird in der atmosphäre operieren und über einen gewissen zeitraum hinweg das projektdaten extrahieren dieses projekt befindet sich momentan auch in der planung mal gucken wann das ganze dann gestartet wird aber man will natürlich auch ein bisschen gucken wie ist denn das wettersystem auf dem titan wie ist die oberflächenstruktur genau da hat man noch zu wenig daten um das ganze vernünftig abbilden zu können und darum ist titan auch ein sehr interessantes forschungsobjekt jetzt kommen wir zu iapetus das ist ja auch wieder so ein thema iapetus ist wirklich einer der lustigsten monde in unserem sonnensystem ihr seht diese diese struktur hier die von hier oben bis hier unten ja einen gewissen ja einen gürtel darstellt diese erhebung ist 22 kilometer hoch umspannt einen großteil des mondes und wurde natürlich auch sind wir wieder bei den außerirdischen strukturen immer dazu verwendet zu sagen ist es jetzt hier irgendwie ein todesstern ja aber die wie das entstanden ist ist eigentlich auch relativ einfach oder was heißt einfach zu erklären iapetus hat eine sehr geringe dichte das heißt also iapetus besteht nicht aus eisen nickel oder metallen oder sonst irgendwelchen harten gegenständen sondern iapetus besteht ist eigentlich sowas wie styropor vermutlich ist iapetus in seiner frühzeit mit einem anderen objekt zusammen gestoßen und die haben sich einfach ineinander geschoben nehmt mal zwei schneebälle und schiebt die ineinander dann werdet ihr merken je nachdem wie dicht ihr die vorher geformt hat dann bildet sich ein wulst und dieser wulst also im grunde genommen müsst ihr euch das so vorstellen iapetus wurde aus zwei schneebällen zusammengeschoben ja und dann ist dieser wulst entstanden keine künstliche struktur sondern tatsächlich eine hochinteressante natürliche struktur nichtsdestotrotz kann man natürlich gerne spekulieren klar also logisch so jetzt kommen wir zu uranus uranus ist ja was jetzt die ja also wissenschaftliche die wissenschaftlichen arbeiten angeht nicht sehr oft in der presse muss man auch sagen jupiter und saturn bestimmen eigentlich so diese themen wenn es um sowas geht allerdings hat uranus etwas was kein anderer planet in unserem gesamten sonnensystem hat uranus rollt in seiner umlaufbahn ja das heißt uranus hat irgendwann mal eine riesengroße watschen bekommen vermutlich von einem größeren objekt uranus ist somit gekippt und rollt in seiner umlaufbahn das ist auch eine interessante forschung die man da betreiben kann bezüglich der entstehung unseres sonnensystems und auch natürlich der entwicklung unseres sonnensystems denn wir wissen zum beispiel dass die migration der planeten innerhalb unseres sonnensystems also die veränderung der position oder der umlaufbahnen in unserem sonnensystem unter anderem damit zusammenhängt dass jupiter irgendwann mal rabatz gemacht hat jupiter ist migriert in den anfangszeiten unseres sonnensystems näher zur sonne und dann wieder hinaus das ist die theorie die man verfolgt auch aufgrund von simulationen dieses wechselspiel zwischen jupiter einer extrem großen masse und den anderen planeten hat unter anderem dazu geführt dass es zu zusammenstößen gekommen ist und uranus hat halt eine richtige abbekommen und zwar von einem objekt das mindestens so groß war wie die erde und seitdem rollt er in seiner umlaufbahn ich finde es jetzt auch nicht schlecht wie gesagt auch ein sehr interessantes forschungsobjekt auch bezüglich der zusammensetzung der atmosphäre und natürlich auch interessant wenn wir dann mehr sonden bauen und dann uns auch den uranus ein bisschen näher anschauen zu den monden muss ich ganz ehrlich sagen kann ich jetzt nicht sehr viel erzählen da fehlt mir einfach das wissen mit den monden von uranus habe ich mich selber noch nicht so intensiv beschäftigt das heißt also diese ganzen spezifikationen bezüglich der monde der zusammensetzung oberflächen struktur kann ich jetzt leider nicht sehr viel sagen in space engine können wir uns aber die oberflächen struktur anschauen vermutlich und auch das muss man sagen sind diese monde hauptsächlich durch kollisionen entstanden in der frühzeit unseres sonnensystems aber wie gesagt da habe ich jetzt keinen vernünftigen input da müsste ich jetzt irgendwas improvisieren und käse erzählen aber das liegt mir nicht so also lasse ich das lieber und gehe einfach mal zu neptun einfach aus der affäre gezogen bei neptun haben wir auch ein kleines ringsystem ihr seht es hier ganz leicht angedeutet das kommt einfach daher dass bei der entstehungsgeschichte der monde der einzelnen planeten sehr sehr viele zusammenstöße stattgefunden haben und diese zusammenstöße führen dann zu diesen ringsystemen darum haben eigentlich die größeren planeten die also sehr viel masse binden können auch meistens entweder ein leichtes oder ein besser ausgebildetes ringsystem bei neptun haben wir auch ein sturm system das sehen wir hier ja auch sehr ausgeprägt ist auch sehr interessant was die forschung angeht bei neptun ist es zum beispiel so dass diese weißen strukturen hier die ihr seht wasserdampf sind ja das ist tatsächlich vereister wasserdampf also wassereispartikel auch interessant sind wir wieder beim wasser in unseren in unserem sonnensystem gibt es schon so viel wasser dass wir schon gar nicht wissen wohin eigentlich damit und wir finden sogar in unseren gasplaneten und in dem fall in unseren eisriesen interessante wasser vorkommen also wirklich interessant auch zu uran als auch zu neptun kann ich jetzt zu den monden relativ wenig erzählen ich habe mich mit der thematik jetzt den monden von uranus und neptun selbst noch nicht so intensiv beschäftigt und darum muss ich auch hier darauf verweisen dass wer interesse hat jetzt sich mit diesem mond ein bisschen näher zu beschäftigen muss man sich das ein bisschen zu gemüte führen bezüglich der forschungsergebnisse die da dementsprechend auch publiziert werden nichtsdestotrotz hat auch neptun sehr interessante monde die man natürlich auch in zukunft sich ein bisschen näher anschauen will mal gucken ob es da dann auch forschungsergebnisse geben wird bezüglich der thematik ja mal schauen gehen wir jetzt mal zu pluto pluto ist seit ja eine sonde diese wunderschönen aufnahmen macht ich glaube new dawn müsste das gewesen sein also unglaublich und new horizons sorry sorry new horizons glaube ich war es ja new horizons oh gott jetzt habe ich auch noch die sonde falsch gesagt was für ein faux pas aber es ist ja live stream da kann man ja leider keine outtakes machen und man kann auch nicht zurück das heißt wenn man hier einmal mal irgendwo ein mist erzählt dann war es das aber ist wie es ist auch auf pluto wurden eisvorkommen entdeckt wassereisvorkommen aber natürlich auch andere verbindungen die unter anderem in eisform vorkommen es ist also ein extrem kalter planet aber er hat eine atmosphäre und das ist überhaupt die entdeckung die am interessantesten ist die wird hier auch wunderschön dargestellt ja wir sehen hier die atmosphäre von pluto das hatte man eigentlich so nicht erwartet dass es auf pluto tatsächlich eine art atmosphäre geben könnte immer wieder neuigkeiten pluto ist natürlich auch deswegen interessant wir sehen es hier pluto hat ja ein ja eigentlich ist es ein doppelplaneten system charon ja auch interessant aufgrund der abhängigkeit der gravitation dieser beiden objekte ist es so dass es sich hierbei um einen gemeinsamen also einen gemeinsamen masseschwerpunkt handelt der den man eigentlich als doppelplaneten system bezeichnen müsste wenn diese beiden planeten oder diese beiden objekte denn noch ein planet sind oder wären sind sie nicht mehr pluto ist mittlerweile kein planet mehr pluto ist nur noch ein klein planet pluto ist traurig darüber dass er kein planet mehr sein darf aber nichts desto trotz wurscht ja also pluto ist ja obwohl er jetzt nur noch ein klein planet ist aufgrund der entdeckung atmosphäre oberflächen struktur wasser eis jetzt plötzlich wieder so extrem interessant vielleicht darf er ja bald wieder ein planet sein ich weiß es nicht ich würde es ihm wünschen dem armen ja aber wie das eben so ist wenn wissenschaftler entscheiden dass ein planet kein planet mehr ist dann ist es halt so wie gesagt pluto auch hochinteressant kommen wir jetzt nun zu den interessanten objekten im külpergürtel und darüber hinaus haumea ist ein sehr interessantes objekt wurde auch eigentlich entdeckt bei der suche nach objekten die man zuordnen kann haumea ist ein ei warum haumea ein ei ist eine interessante frage die man auch so noch nicht genau beantworten kann aber es gibt eine interessante theorie und zwar einen zusammenstoß mit einer erhöhten rotationsgeschwindigkeit dieses objektes und beim abkühlen oder als dieses objekt noch sehr heiß war ist durch diese rotation durch die fliehkraft das material nach außen gedrückt worden und drum schaut haumea aus wie er ausschaut er hat auch heutzutage noch eine relativ hohe rotationsgeschwindigkeit und das ist eben auch die vermutung dass aufgrund eben dieses prozesses dieses ei entstanden ist also eher ein donut also wenn man das mal von oben anschaut dann sieht man eigentlich dass es sich hierbei um eine sehr interessante struktur handelt von dieser seite aus ein ei und von dieser seite aus dann eher ein donut ja aber das kann entstehen aufgrund von erhöhter rotationsgeschwindigkeit und eben die verbindung des ganzen auch mein gott karakler 0 8 guck mal kennst mich noch nicht oder bis zum ersten mal da dann musst du aber auch wieder gehen entschuldigung aber wenn ich sage dass blutow traurig ist ich meine meine stammabonnenten die kennen das ganze dass ich ab und zu mal einen kleinen witz mache oder so wenn du damit nicht zurecht kommst kann ich dir leider auch nicht helfen ja ich weiß nicht ich glaube die meisten die meine live streams anschauen die die freut eigentlich dass ab und zu auch mal ein bisschen was lustiges kommt denn wissenschaft kann sehr trocken sein ja aber ich glaube was soll es ne so also wie gesagt unser kleiner donut hier und jetzt gucken wir uns noch mal make make an der ist noch ein bisschen weiter draußen spaß ist verboten ja ich ja also ich muss ganz ehrlich sagen wissenschaftliche themen sind nicht immer nur trocken also was ich halt wenn ich über solche dinge referiere versuche ich ab und zu mal einen witz mit einzubauen weil sonst die aufmerksamkeitsspanne irgendwo abhaut ich kenne das von mir selber wenn ich mir einen vortrag anhöre über bestimmte wissenschaftliche themen und der 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 den vortrag macht spricht nur über dieses eine thema und weckt mich nicht auf ja dann kann schon mal passieren dass ich ein pen und darum muss man in solchen themen ab und zu mal einen kleinen aufwecker bringen damit die aufmerksamkeitsspanne wieder da ist aber das ist didaktik ich weiß nicht ob du vielleicht zum beispiel auch vorträge hältst oder ob du irgendjemandem was beibringst aber wenn du sowas machst dann wirst du feststellen du musst ab und zu mal einen kleinen brüller reinbringen oder dich für ein bisschen lustig halten damit die aufmerksamkeitsspanne wieder da ist weil sonst schlafen dir die leute irgendwann ein und wir sind ja jetzt schon bei 58 minuten normalerweise mache ich wenn ich vorträge mache alle halbe stunde eine pause damit die leute mal vielleicht ein bisschen atmen können aber ja aufgrund des live streams denke ich mir jeder kann sich seine umgebung so selber zusammen basteln wie er sie gerne zu hause hätte aber spaß muss sein karakler 08 spaß ist überhaupt das wichtigste an jeder arbeit und an allem was man tut wenn man keinen spaß daran hat dann muss man es lassen ja wenn du lustig bist dann freut mich das dann sind wir beide lustig aber ich bin manchmal auch unlustig das muss ich leider auch sagen also makemake auch ein objekt im körpergürtel auch ein relativ großes objekt dazu gibt es jetzt eigentlich auch noch nicht so viele informationen auch bezüglich der oberflächenstruktur oder der zusammensetzung sedna ist jetzt da leider nicht ich muss jetzt mal gucken ob ich den hier irgendwo finde ob der in der datenbank drin ist sedna ist ein sehr interessantes objekt in unserem sonnensystem wurde entdeckt ist rot eine absolut rote oberfläche man weiß noch nicht genau warum sedna rot ist aber man vermutet dass es sich hierbei um dem eisenoxid handeln könnte das wäre eine sehr interessante entdeckung aber allerdings sind uns ist die auflösung unserer teleskope nicht hoch genug um sedna momentan vernünftig zu untersuchen aber es wäre ein super geiler eine super geile idee da eine sonde hinzuschicken also makemake gibt es nicht viel da gibt es die position die umlaufbahn die größe den durchmesser und die ungefähre oberflächenstruktur aber noch keine definitive information bezüglich der zusammensetzung dann haben wir eres hier eres ist eines der objekte die momentan in einer besonderen beobachtung stehen warum weil er es aufgrund der umlaufbahn als einer der beweisführer gilt bezüglich der oberflächenstruktur entschuldigung der oberflächenstruktur bezüglich eines neunten planeten wir haben ja momentan ein bestimmte forschungsgebiete die einen neunten planeten andenken dieser neunte planet soll ungefähr zehn erdmassen haben eine umlaufzeit von mindestens 10.000 bis 20.000 jahren um unsere sonne und er ist es eben aufgrund der umlaufbahn einer derjenigen die man genauer anschaut um festzustellen ob die wahrscheinlichkeit besteht dass dieser neunte planet unter anderem umlaufbahnen im körpergürtel beeinflusst diese beeinflussung bedeutet dass diese exzentrischen stark exzentrischen umlaufbahnen wie zum beispiel von eris dadurch entstanden sind dass eine große masse da draußen dafür verantwortlich ist dass diese umlaufbahnen sind wie sie sind und er ist im grunde genommen jetzt auch das objekt welches als letztes hier aufgeführt ist jetzt muss ich mal ganz kurz mal gucken ob hier eine zetna irgendwo mit drin habe doch hier haben wir ohne das ist der astrovid das bringt uns nichts es gibt nämlich leider auch einen astroiden der so heißt nein stimmt nicht es ist tatsächlich unser set nachher ja also wunderschön er ist mit dabei das freut mich jetzt sehr ich habe nicht gewusst dass setner schon mit drin ist also so wird die oberfläche von setner momentan dargestellt er hat eine rötliche färbung dieses diese rote farbe wird unter anderem in verbindung gebracht mit eisenoxid wie das entstanden sein soll auf diesem planeten das ist eben die frage es könnte allerdings auch sein dass es sich hierbei um schwefel verbindungen handelt auch dann wäre es interessant weil schwefel verbindungen die sich jetzt zum beispiel hier entwickelt haben müssen einen gewissen vulkanismus voraussetzen also beide ansätze eisenoxid und schwefel sind hochinteressant es ist einer der interessantesten objekte in unserem sonnensystem aber aufgrund der entfernung wird es lustig da irgendwas hinzuschicken zum beispiel eine sonde aber trotzdem das ist wirklich ein hochinteressantes thema setner jetzt haben wir eigentlich alle wichtigen objekte in unserem sonnensystem durch das heißt ich bin jetzt mit meiner arbeit erstmal fertig jetzt liegt es an euch wir können jetzt noch über bestimmte themen sprechen da müssen wir aber jetzt in eine interaktions phase umschwenken das heißt ihr müsst jetzt hier ein bisschen schreiben und mitmachen ja und dann können wir noch ein bisschen was mit space engine machen wie gesagt ich wollte heute eigentlich nicht so lange das heißt ich wollte eigentlich eine stunde ansetzen aber jetzt sind gerade 120 leute im stream dann will ich jetzt das ganze nicht einfach abbrechen macht doch mal was über die voyager sonden in die finde das ein sehr interessantes thema die voyager sonden habe ich schon mal behandelt mit universe sandbox 2 bei universe sandbox 2 sind die beiden voyager sonden mit der exakten position vermerkt das heißt hier kann man wirklich auch genau gucken wo sich die momentan befinden und darum ist es jetzt so ein thema bei space engine ist ja sind ja die voyager sonden nicht mit dabei und darum kann man jetzt hier schlecht schwenken wenn der sechseckige grader hat dann nicht von natur aus allerdings muss das ja nicht unbedingt stimmen dass man sieht ja nicht immer das sein was licht ist trügerisch also bezüglich jetzt von sechseckigen gradern wie gesagt es gibt sehr sehr viele natürliche strukturen die künstlich anmuten aber nicht künstlich sind wir hatten wie gesagt dass im auf mars zum beispiel sehr oft wenn wir noch mal zum mars zurückgehen da gab es wie gesagt sehr sehr viele dinge die man da vermutet hat im laufe der zeit der mars ist aber im grunde genommen ein toter planet ja es gibt methan konzentrationen auf dem mars die wurden festgestellt die werden jetzt auch ein bisschen näher untersucht ist übrigens auch ein teil der operation die momentan durchgeführt wird bezüglich der seismischen aktivitäten da gehört auch eine sonde mit dazu die die methan konzentration auf dem mars genauer anschauen wird es kann sich bei dem bei der bei dem methan auf dem mars um natürliche vorkommen handeln ja es ist aber auch möglich dass eine bestimmte bakterielle aktivität dafür verantwortlich ist weil das nämlich jahreszeiten mäßig mehr und weniger wird bei uns auf der erde ist es ja so dass jahreszeiten das leben bestimmen und wenn man das jetzt korreliert mit dem mars kann man natürlich sagen okay wenn es auf dem mars leben gibt dann könnte das auch in jahreszeiten verschiedene aktivitäten produzieren und darum wäre diese aktivität oder die erzeugung von methan auf dem mars in abhängigkeit von jahreszeiten ein guter hinweis darauf dass es leben geben könnte könnte wir sind ja immer im konjunktiv bis dato haben wir auf dem mars noch nicht mal ansatzweise irgendetwas entdeckt was auf leben hinweisen würde leider ja natürlich wäre es eine hochinteressante wissenschaftliche entdeckung wenn wir irgendwann mal leben finden auf dem mars aber momentan ist es leider noch nicht so phobos und deimos sollen eines tages auf dem mars abstürzen ja ich weiß jetzt auch nicht ich sehe jetzt gerade hier leider phobos und deimos nicht die müssten eigentlich hier mit bei mars dabei sein aber mars zwergmohn da müssen wir es halt einfach händisch suchen also wenn wir mal die entfernung von phobos zum mars uns genauer anschauen dann stellen wir fest phobos ist sehr nahe dran ja es ist so dass man will das nicht glauben ja aber es ist tatsächlich so dass die dünne atmosphäre des marses die moleküle die in dieser atmosphäre nach außen drängen ins all hinein mitverantwortlich sind dass phobos an geschwindigkeit verliert er wird irgendwann mal auf dem mars stürzen außer wir ändern das und sorgen dafür dass phobos wieder eine dementsprechende umlaufbahn bekommt aber wir sehen selber oberflächen höhe meerespiegel etc was hier alles angezeigt wird bezüglich der daten er ist auch von der masse dementsprechend interessant das heißt wir müssten eigentlich sehr sehr viel energie aufwenden um die umlaufbahn eines solchen mondes zu verändern wir hatten ja am anfang im live stream das thema ja wenn wir jetzt den mars terraformen und phobos fällt uns auf den kopf dann haben wir ja wieder nichts davon das heißt also man müsste diese monde erstmal ein bisschen weiter weg schieben ich denke wenn wir mal das terraforming das habe ich auch schon gesagt auf der kette haben dann wird das thema mit den monden vermutlich auch kein größeres mehr sein mit sicherheit wird es im mars boden mikroben leben geben teilweise hat der mars 20 grad plus das stimmt in äquator nähe im sommer im sommer hat es tatsächlich 20 grader ist also recht kuschelig man könnte sich auch mit dem sonnenschirm und ein stuhl raussetzen und ein cocktail schlürfen wenn denn die atmosphäre nicht gar so gruselig wäre also es ist eine sehr interessante geschichte mit dem mars muss man ganz klar sagen phobosfeuer runter holen und terraformen das wäre auch eine idee man könnte zum beispiel phobos auch nutzen um auf den also den auf dem pol einschlagen auf dem nordpol einschlagen lassen beim mars es würde auch also eine gewisse atmosphärische bedingung erzeugen die interessant ist warum war natürlich durch einen einschlag eines so extrem großen objektes dementsprechend viel material in gas umgesetzt wird unter anderem eben das gebundene kohlendioxid also man könnte eine zwei fliegen mit einer klappe schlagen wobei die größe von phobos natürlich auch naja ich sag mal so der wenn einschlägt ist halt doch einiges kaputt aber gut jetzt sind es schon 10.000 plus 301 abos ja habe ich auch schon gesehen also die abo die abos steigen bin ich auch also ich freue mich auch ich ist auch sehr schön dass heute mal so viele leute in meinem live stream sind bedanke ich mich auch recht herzlich für alle also an alle zuschauer danke fürs zuschauen jetzt schon mal wobei es jetzt noch nicht ganz vorbei ist wie gesagt ich verlängere jetzt gerade eine stunde wollte ich machen aber jetzt was soll es jetzt machen wir ein bisschen länger wenn schon so viele zuschauen dann kann ich euch ja jetzt nicht wieder rausschmeißen ja lustig gerade ein video von harald lesch gesehen wo er sagt dass beim terraform das problem sein wird das mit mehr atmosphäre die monde dann noch eher auf den maus schützt ja stefan das ich habe aber an lesch sei video nicht gesehen sondern das hat vorher schon einer geschrieben und ich habe dann darauf reagiert und das thema jetzt noch mal aufgenommen weil der herr lesch natürlich recht hat mit der annahme also das ist wirklich so aber natürlich ist es auch so dass wenn wir das mit dem terraform irgendwann mal auf der kette haben dann können wir auch den mond irgendwo anders hinschieben das mit dem maus schützt und dann wir sind universal gerechnet in der steinzeit über sechs dimensionen sind für andere reisen möglich ja gut weiß ich nicht in der sechsten dimension war ich jetzt noch nicht sprudel 92 danke zwei euro in die in die wortspielkasse sozusagen vielen herzlichen dank danke für den unterhaltsamen abend ja gerne hat man heute ja auch mal ein thema herausgesucht wo ich wusste dass ich eine stunde reden kann weil es ist ja es ist man muss sich ja immer überlegen was macht man denn in einem live stream ne früher haben wir ja immer die erde gesprengt des öfteren hunderte male ja aber ich überlege natürlich jetzt schon okay wenn ich jetzt ein live stream mache dann 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 ist ja auch der informationsgehalt der hier wieder gegeben werden soll muss natürlich auch gewisse qualität haben und darum habe ich mir heute mal überlegen wir machen mal das sonnensystem wo wir eigentlich relativ gut hingekommen sind mit der stunde muss ich auch sagen also die stunde die hat genauso gereicht also um das thema dann auch dementsprechend rüber zu bringen tschuldigung natürlich kann man das noch ein bisschen ausweiten und natürlich kann man auch noch mehr machen aber wir werden vermutlich in auch mal im wechsel live stream wo wir interagieren das heißt also wo ihr bestimmt um was es geht und dann auch dementsprechend informative live streams machen wie zum beispiel jetzt das sonnensystem damit wir das ganze bis zu bisschen im wechsel machen danke für deine tollen videos sehr spannend lustig wie sieht es aus mit dem dem dieser und bester habe ich noch nicht gehabt nein kann ich in space engine nicht jacob in space engine kann man leider nichts kollidieren lassen das heißt leider schauen wir mal west da müsste ja hier irgendwo mit drin sein es werden ähm nicht äh was ist hier gar nicht aufgeführt doch da also es sind ja schon sehr sehr viele objekte in space engine integriert es gibt eine umfangreiche datenbank auch von verschiedensten objekten in unserem sonnensystem eignet sich natürlich hervorragend für astronomische visualisierung ja oder die visualisierung von astronomischen körpern innerhalb unseres sonnensystems weil space engine einfach das am schönsten macht es gibt ja nichts schöneres momentan wie gesagt die nasa könnte sich ruhig mal hinsetzen und so ein programm entwickeln aber die nasa nutzt der space engine teilweise selber für ihre visualisierungen ja es gibt halt einfach nichts und bei universe sandbox 2 ist es genauso es gibt halt einfach nichts wenn man die physikalischen zusammenhänge zum beispiel von der newtischen gravitation erklären will gibt es einfach nicht die relativistischen abhängigkeiten im bereich physik gehen dann halt nicht aber das ist ja wurscht relativitätstheorie muss ich ja nicht unbedingt großartig erklären hier sondern es geht ja hauptsächlich um die visualisierung von bestimmten abläufen wo ist eigentlich um mua mua momentan ich muss ganz ehrlich sagen ich habe keine ahnung man kommt der nächste von der erde aus sichtbare komet vorbei das weiß ich leider auch nicht da da bin ich leider jetzt ein bisschen unwissend bezüglich kometenaktivität in unserem sonnensystem müsste ich mich informieren könnte ich aber mal ein video dazu machen aber da muss ich mich erst einlesen um mua mua gibt es in space engine nicht besta ist wirklich ein faszinierendes objekt aus der urs und sonnensystem primitiven astroiden sind faszinierend in ihrem aufbau ja das ist natürlich auch ein hoch interessantes thema bezüglich der zusammensetzung dieser astroiden wir haben ja jetzt hayabusa 2 die bei ryugu vorbeischaut auch ein astroid wo man sich das ein bisschen genauer anguckt die zusammensetzung dieser astroiden zum beispiel auch wasservorkommen auf astroiden und natürlich auch dieses interessante landefahrzeug maskett maskottchen welches dann also sind die schuhe schachtel ich das erste mal gelesen habe was das sein also wie das projekt geplant ist da stand dann schuhe schachtel dann habe mir gedacht das ist für eine komische beschreibung aber das ist wirklich schuhe schachtel also das ding ist eigentlich eine schuhe schachtel und diese schuhe schachtel wird abgeschmissen auf den astroiden und hüpft dann auf dem astroiden rum hat dann sogar so und so einen kleinen so einen kleinen schwung arm der ausfährt und das ding dann durch die gegend katapultiert also auf die idee muss erst mal kommen im oktober ist es soweit da wird maskett auf ryugu niedergehen ich bin mal gespannt was das wird aber es ist eine hoch interessante idee es hat ein deutsch französisches forscherteam entwickelt ist ist diese schuhe schachtel ja und die japaner haben die sonde beigesteuert hayabusa 2 befindet sich momentan in der annäherungsphase an den astroiden ryugu und wird jetzt momentan werden fotos gemacht bezüglich des ausspähen der landezone für die schuhe schachtel ja hochinteressant bin mal gespannt hayabusa wird im übrigen auch material des astroiden aufnehmen und dann zurückfliegen zur erde und dieses material abwerfen also das heißt wir werden material von einem astroiden auf der erde bekommen das ist jetzt nicht das erste mal dass sowas gemacht wird muss man auch sagen das hat es früher schon gegeben aber es ist trotzdem eine hochinteressante mission weil es von der von von der projektplanung her oder das projektablauf ist natürlich absolut toll ist wie mal sehr gespannt hört sich tatsächlich sehr witzig an mit schuhe schachtel ja im märten du musst es mal googeln du musst dir mal du musst mal hayabusa 2 und maskett also maskott m a s c o t googeln und dann kannst du bei den japanern auf der webseite anschauen wie das gerät ausschaut und das ist tatsächlich eine schuhe schachtel also da war die vorlage eindeutig eine schuhe schachtel ist auch und das sagen die wissenschaftler ganz explizit eine sehr primitive technologie aber primitiv muss ja nicht unbedingt nicht gut heißen sondern primitiv heißt in dem fall sehr sehr wenige geräte die kaputt gehen können eine technik die hundertprozentig funktioniert wenn sie dann funktioniert und ist natürlich also absolute wahnsinns idee eine schuhe schachtel auf einem aber was habe ich jetzt gemacht ich habe die falsche taste gekommen eine schuhe schachtel zu verwenden es ist natürlich keine schuhe schachtel es ist schon metallbehälter wo also die instrumente drin sind also dass jetzt einer meint hier werden irgendwelche schuhe durchs weltall geschickt nicht so ist es nicht ja ja user 1 aber ich sage mal so es ist natürlich auch so dass sich bezüglich jetzt der missionen schon einiges geändert hat in den letzten jahren das heißt also die wahrscheinlichkeit dass missionen funktionieren werden immer also besser warum weil die technologie einfach weiterentwickelt wird und weil natürlich auch eine gewisse routine dazu kommt bei den einzelnen missionen auch was jetzt zum beispiel die entdeckung von neuen technologien angeht in der materialforschung und so weiter und so fort ja wir erinnern an uns an die parker solar probe die vor einigen ja vor einer woche oder zwei wochen gestartet ist die ist auf dem weg zur sonne und hält bis zu 12 13 1400 grad aus oder sogar mehr ich weiß es jetzt gar nicht genau das heißt also in der in der materialforschung bezüglich der umsetzung von weltraum missionen werden wir auch immer besser und das bedeutet natürlich im weiteren dass solche missionen immer höher mit einer höheren wahrscheinlichkeit funktionieren werden erst ein auto dann die schuhschachtel ich kenne leute die ihr auto hoch geschossen haben also kann man auch mal ja genau baggy es ist man muss wie gesagt wissenschaft ist ja nicht immer bier ernst wissenschaft hat ja auch so ihren charme und wissenschaftler sind ja auch keine spaßbremsen also manche sind schon sehr witzig und die der vergleich mit der schuhschachtel den fand ich halt einfach interessant und witzig weil man sich ja auch ein bisschen lustig machen kann drüber aber nichtsdestotrotz ist die wissenschaftler die dann dahinter die wissenschaft die dahinter ist auch sehr komplex und es handelt sich natürlich hier um forschung die uns weiterbringt es sind teilweise grundlagenforschungen bei jugo bei diesem astrid ist es zum beispiel so dass der zu den potenziell gefährlichen astrid gehört da habe ich heute ein video darüber gemacht und natürlich will man sich das auch ein bisschen genauer anschauen wie kann man denn in zukunft mit potenziell gefährlichen astrid umgehen gibt es die möglichkeit einer abwehr welche welche abwehrmaßnahmen kann man denn überhaupt ergreifen und dazu gehört unter anderem herauszufinden welche zusammensetzung diese astroiden haben genau der japanischen weltraum agentur jaksa genau wanderfalke 2 genau also wie gesagt wir werden in den nächsten jahren ja sehen wie das weitergeht mit der raumfahrt aufgrund der entwicklung von neuen raketen wird es vermutlich so sein dass wir mehr machen können auch mehr material in den orbit bekommen aufgrund der größeren raketen und dann wird es natürlich irgendwann mal interessant also das heißt also die erforschung unseres eigenen planetensystems wird uns dann dementsprechend beschäftigen und wir werden spaß haben ja auf die ein oder andere art und weise natürlich wird es auch wieder fehlschläge geben es wird man was nicht funktionieren aber mein gott ganz ehrlich wenn wenn alles funktionieren würde dann hätte man keinen grund was neues auszuprobieren die quantenfeldtheorie wird uns weiterbringen wenn sie erlaubt wird so sollte die quantenfeldtheorie nicht erlaubt sein es wäre ganz was neues ich will als nächstes wissen ob europa oder der andere eisen und leben haben das ist auch interessant wie gesagt also enceladus und europa bei beiden monden ist eine mission geplant ich kenne jetzt die namen leider nicht auswendig müssen bei der nasa schauen da gibt es eine mission die zu europa geplant wird um eben die ähnlich wie bei enceladus einen durchflug durch diese dampf wolken zu machen um festzustellen ob die organischen verbindungen bei europa genauso vorhanden sind wie bei enceladus also das wird ein hoch interessantes thema und für die für euch die wahrscheinlich noch jünger seid als ich also ich meine ich bin ja schon ein bisschen älter aber aber für euch die jetzt momentan die die ihr jung seid ihr könnt euch darauf freuen was ihr noch alles erleben dürft und vor allem könnt ihr euch jetzt gedanken darüber machen ob ihr euch nicht bei solchen themen beteiligen wollt also zum beispiel astrophysik studieren oder materialforschung studieren es gibt sehr sehr viele dinge die da notwendig sind und man kann sich ja jetzt schon überlegen was man in zukunft gerne machen würde und ich kann euch nur sagen raumfahrt ist auf jeden fall ein hochinteressantes thema und es wird uns in zukunft beschäftigen definitiv der stefan ist näher an meinem alter das kann gut sein heute schon acht stunden lang deine videos angeschaut und jetzt leistet was imperium gemacht hast acht stunden meine videos angeschaut hast du das wirklich so lange ausgehalten fange an maschinenbau zu studieren im oktober das ist eine sehr gute idee schade es schade in was ich sag das nicht vielleicht unter umständen sitzt hier ein alter kreis naja also ich sag mal youtube hat ja wunderschöne auswertungsmöglichkeiten bezüglich der zuschauer bezüglich auch des alters der zuschauer und meine zuschauer sind eigentlich bunt gemischt also ich habe sehr junge zuschauer und ich habe aber auch sehr alte zuschauer vielleicht weil das thema ja trotzdem etwas interessiert was einem sowohl interessieren kann wenn man jünger ist als auch wenn man älter ist inwiefern sollte uns das weiterhelfen also eine deine quantenfeldtheorie würde mich mal interessieren wie du das meinst ja wie gesagt die quantenfeldtheorie ist ja eine gängige mathematische geschichte die quantenfeldtheorie beschäftigt sich mit wellenfunktionen also der 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 wellenstruktur der materie da gibt es also etliche formeln zum beispiel auch die schrödinger gleichung du bist die quantenfeldtheorie nicht verboten also es wäre jetzt ganz was neues ja oder vielleicht wurde sie verboten ich muss aber heute im laufe des tages gewesen sein die freuen sich immer über helfer und ein guter weg mit astronomen in kontakt zu kommen citizen science ist hier weibsfolg anwesend ja das leben des brian wirklich ein sehr schöner film habe ich mir immer gern angeschaut wenn 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 ich also ab und zu wenn ich mal wieder in so kindheitserinnerungen schwelgen will dann schaue ich mir den film an die single börse ist auf dem anderen kanal war nicht schlecht der knipser 1969 ja also wie gesagt es ist hochinteressant was momentan technologisch so alles passiert auch bezüglich der teleskopforschung wir dürfen eine vergessen wir bauen ja momentan auf der erde also erd gestützte teleskope die so leistungsfähig sind dass wir tatsächlich atmosphären von exoplaneten untersuchen können das wird sich in den nächsten jahren so weit verbessern dass wir tatsächlich hochinteressante informationen bezüglich der zusammensetzung von atmosphären von planeten bekommen werden werden die teilweise 500 bis 1000 lichtjahre von uns entfernt sind und wenn man sich das ganze dann mal so zusammenfasst dann werden wir in zehn jahren mehr wissen über exoplaneten vermutlich also über unsere eigenen monde in unserem sonnensystem die atmosphären forschung bei exoplaneten wird eine sehr interessante geschichte weil als das ziel dieser forschung unter anderem auch beinhaltet festzustellen ob wasserdampf in atmosphären existiert und man kann mit diesen teleskopen tatsächlich auch feststellen ob chlorophyll in der atmosphäre vorhanden ist man könnte also pflanzenwachstum bei exoplaneten bis zu einer entfernung von 500 lichtjahren nachweisen das ist um uns herum schon einen ganzen haufen und darum freue ich mich auf die nächsten zehn jahre weil es da einfach tolle geschichten gibt und dann kann ich also zehn jahre lang noch meinen kanal betreiben auf jeden fall ist auch eine schöne geschichte um uns dann eben auch diese ganzen informationen brüheiß zu servieren so mein lieben jetzt müssen wir gucken jetzt immer bei einer stunde 25 minuten jetzt würde ich dann trotzdem gerne irgendwann mal die segel streichen auch wenn das vielleicht viele nicht freuen wird aber ich muss morgen früh raus und darum bin ich jetzt einmal hier ein bisschen weg wir machen das wie immer ich lasse den stream jetzt noch fünf minuten laufen ihr könnt euch noch voneinander verabschieden vielleicht noch ein paar themen besprechen dann werde ich nochmal fünf minuten kommen mich verabschieden wenn ihr dann noch irgendwas habt was sehr wichtig ist dann könnt ihr das gerne schreiben aber ansonsten bin ich jetzt mal kurz weg das heißt wenn ich meine schuhe finde was sind die denn okay ja das ist das alter glaube ich mittlerweile oder vielleicht liegt es auch daran dass dieses stock finster ist also ciao bis gleich bei mir im 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.